Es geht, ich komme mal kurz zu dir. Dann kannst du mir mal eine Reformation geben und ich versuch mal zu Rotan zu supporten und den Schild zu holen, weil ich so mache. Kannst du supporten. Naja, muss ich... Dann muss ich so rausgehen. Naja. Und dann kann ich mich supporten, dann. Du bist raus, Rotan. So, dann. Ja, okay. Ich bin mal Pinkel. Riss! Baua, ich scheibe Octino, wird es nie. Vigo wird es nie. Ja, es ist dann auch so drin. Danke, Guus. Ups. Hallo. Wer denn? Was? Wer denn? Der Gegner! Ja, das bringt doch sowieso nichts. Was bringt das denn, geht zu haben? Der hätte 600 und 700k mehr, aber Def'n können wir fast nicht. Wir haben nur eine halbe Stunde cooldown. Wie gesagt, ihr könnt euch ein bisschen PvP mit ihm machen, so Jasper kann kämpfen. Gedäfft, wie gesagt, und wir sowieso nicht diesen Wegleiter am März empfangen müssen. Wie gesagt, wie gesagt, ich habe den Kopf gesucht, wie gesagt, ich habe den Kopf gesucht. ja aber ich verstehe nicht, warum unser Spielen spart die Musik im Leutladen? Ah, Aoshi hat einen Schaden in Evolution, der kann dann das auf das Herz angreifen. Lass sie durchjumpen, Jungs, und dann wird Aoshi das Herz zerstören. Das macht mir keinen Sinn zu defen, kriegen wir eh nicht gedaffet, lass sie nur durchwaschen und vielleicht damage'n ihm ein bisschen das Herz und dann kann Aoshi den Rest geben. Er ist harten Schaber Epo. Warum hast du die Partie gemacht? Ich hab meinen Weg gemacht. Wie viel? Weil das einfach nur passend ist. Was denn? Ja, erst mal ist die Partie voll, zweitens ist es die Fernwelt drin und... Ja und, was machst du jetzt neu partieren? Du probierst die Leute eh wieder drüber rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh, ja! Oh, ja! embarrassed! Oh, ja! Die Seite Sal simul感et! Okay. Da war abk Corinthin? Oh! Wo sind eigentlich unsere ganzen Stranger? Du bist, äh, Eddie, joinst du mal bitte Gondis Party. 8134. Sind eigentlich immer noch die Optimleiter am Southgate? Oder auch Evo-Leute? Da ist es, ein bisschen. Das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Dann sind wir. Wir haben irgendwie auch nur sechs Leute, die sind schon schon. Ja, Jobbomb ist irgendwie auch nicht klar, ne? Schon wieder tot, ey, Hammer. Ja, ich wusste 25 Leute auch noch rein. Wir haben auch noch neunze Leute runtergekommen. Wir sind wie ein ganz interessantes Wachstum. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so mache. Okay. Wollten die Evo Leute, die Optim Leute am Eastgate angreifen und versuchen die Down zu ziehen, kriegt die Evo Leute. Wollten die Evo Leute zusammen mit. Oh ja, die Plus 7, die macht so viel Schaden, das glaubt ihr nicht, ja. So, so geht das schon. Warte, hier sind so viele Bastards, droppes. So, so geht das schon. So, so geht das schon. So, so geht das schon. Das war's für heute. Sind schon welche am Herzen? Ja, die versuchen immer noch den Coward zu zerstören. Ich hoffe, die machen es. Ja, pass auf, die kommen alle von oben rechts. Die kommen jetzt alle von oben rechts. Das ist ein Schirmes, das ist ein Schirmes. Ich habe einen Schirmes, das ist ein Schirmes. Wäre cool, wenn sie das Herz sehr schnell vernichten. Ja, hab ich auch gesagt. Umso schneller, umso besser. Ja, aber die werden es nicht machen, wenn wir nicht ein bisschen den PvP oder sowas machen. Optimum ist schon am Herzen, ne? Ja, aber keiner zerstört dieses Fatten Tower, weil Evo will die nicht zerstören. Killed alle Evo-Spastiken am Tower, weil es gibt ein paar Optimum-Leute, die greifen immer noch. Dora zum Beispiel, die wollen den Tower versenken. Das Problem ist, wie hoch ist die Chance, dass wir den Fortis vertriegen, wenn wir gegen die Evo kämpfen. Zum Schloss fallen, die sind mehr als drüge. Da ist ja nur die Chance drin jetzt. Ich bin dort. Was? Ich bin dort. Was ist das da? Das Mod runter. Getschw Ău bei den Joker haben aber. Deine Das war's für heute. Ich sag mal, hauen da gerade sechs Leute auf dich ein. Glaub ich, ja. Auf wen meinst du? Ich sehe ja auf den Blader. Am Herzen. Ja klar, auf mich hauen hier auch gerade 2.000 Leute ein. Guck mal nach links. Wer bist du? Hier, bitte ich. Ich sehe das Herz. Bist du dahint oder ist dahint? Dahint. Dann bist du also in der Endwarte. Ich sehe zu, dass ihr die Nykaa daumen bekommt, solange die kein Dings haben. Kein Snow, ne? Die Nykaa sehen ohne Snow, kühlte sie vor. Okay? Jep. 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 Jep.